Jo Freunde, heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es eine neue Folge Brawl Stars. So, ihr seht jetzt schon, ich bin hier schon im Game drin. So und jetzt zocken wir erstmal ein paar Runden in. Ich mach mich mal da unten in. Hier, wo? Oh, ihr seht mich immer voll so schlecht. Ach, ich pack mich einfach hier oben hin. Oh, nötig. Ich spiel gleich einen anderen Brawler. Ich bin jetzt auch für den Brawler reingegangen. Oh, ich freu mich schon auf die Star Power von Max hier. The player down. Da ist Max drin. Ich weiß, dass er mir extra hat. Hashtag Lost. Alle mal reinschreiben. Trail Lost. Come on. Kiel ihn doch. Ich bin dünner, Michael. Treff mehr. Der Kala-Ding. Oh mein Gott. Und ich bin tot. Ich bin weg. So ein Piet. Heier hat, Pete. Heier hat Pete. Heier hat Pete. Kommt gerne in den Club rein. Ist ab 17.000. Hier war da so ein Nani. Okay, Nani. Okay, der Nani noch null. Okay, next round. Next round. Blimey. Blimey. Ich mach mal mein Bild wieder raus. Das stört mich irgendwie. Baco Urbana. Tragt alle gerne mal Creator Code Landy ein. Damit unterstützt ihr nicht nur Landy, sondern dann könnt ihr auch beim Gewinnspiel mitmachen. Oh, wenn ich jetzt gewinne. Fuck, Alter. Minus 5. Gerade plus 5 wird jetzt minus 5. Das ist ja immer schlimmer. Ich hab ja gesagt, ich nehme einen anderen Brawler. Mh, okay. Mh, lad doch die Runde. Ich bin noch nicht beim 1000er-Push. Schön wär's. Ja, ich mach auch bald ein 1000er-Push. Mit Crow. Na, das werd ich ihn nicht schaffen. Vielleicht ein 25er-Push. ог'er ist. Jetzt übersprbe, besser, Befeuhr. Schöpfeuhr. schöpfeuhr. Ich habe nicht gewonnen. Wenn ich um 24er-Push. Ich habe nemmel comporten. Und hier. Ich habe immer das Gefühl, dass ich gerade kein YouTube-Video mache. Easy-Quest. Komm, den zieh ich gleich an. Komm jetzt. Ich hab gedacht, er rennt weiter nach da. Weil ich push Genie nicht viel. Ey, ich bin so schlecht mit Genies old. Ich kann mit Genies old gar nicht umgehen. Ja. Ja. Kevin macht auf. Oh mein. Ja. Ja, Dritter! What is that? What the fuck? So, was kriege ich an zu gehen? Ja, auch eine Megabox. Und noch. Tick-Quest. So, was ich da machen? Das sind besiege 24 Gegner. Okay, das mache ich. So. Okay, Leute. Ähm. 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 War's das mit dem Video jetzt erstmal? Hoffentlich hat's euch gefallen. Und. Ja. Übrigens, ähm. Und dann. Und dann. Bis bald.